Konnichiwa, meine Anime und Game Otakus da sind. Wieder zu einem neuen Part von Far Cry Primal. Ähm, wir haben jetzt eine Mission angenommen. Und wir sollen jetzt nach Jäger Ausschau halten. Ich sehe aber keine. Okay. Also muss ich die jetzt so finden, oder was? Na, okay. Wie auch immer. Ach da, okay. Das hätte ich mir jetzt sparen können. Wir müssen die Jäger finden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ob irgendwas passiert ist. Was auch immer. Oh. Aber wir erfahren es ja. Halt die Klappe! Auf jeden Fall werden sie verfolgt, wie man sieht. Ist da noch jemand? Lass meinen Tigre in Ruhe. Lass meinen Tigre essen. Boah, der war ja mies. Voll auf den Kopf. Und sie ist tot. Oh, scheiße. Ich hoffe, der zweite lebt noch. Das wäre jetzt blöd, wenn nicht. Geh. Geh. Pfui. Hat gerade jemand auf mich geschossen? Ich weiß nicht. Hier ist Blut. Das ist kein gutes Zeichen. Oh. Leute, ich habe ihn getroffen. Ich wollte eigentlich Tigre dahin schicken, aber okay. Okay. Der lebt nicht mehr. Okay, ich werde ihn trotzdem abwerfen. Arschloch. Okay. So, mein Speer wieder. Du isst erstmal was. Auch wenn es kaum Schaden... Ja, du hast kaum Schaden, aber egal. Oh. Okay. Also, lebt er noch? Hoffe ich mal. Tasche ist voll. Okay, ich hätte... Hätte ja sein können. Aber gerade hat mein Hals ein bisschen gekratzt. Scheiße. Oh, das ist so ein dicker. Ach, den hast du auch schon. Mein Tigre, du nimmst mir alle weg. Ach, da ist ja jemand. Hey. Ja, ich habe dich gerettet. Oh, fuck. So, wir haben jetzt noch eine neue Dorfbewohnerin. Herzlich willkommen bei unserem Stamm. Du bist herzlich willkommen. So. Das hätten wir auch erledigt. Gucken wir mal. Hier ist noch was. Vernichten. Oh, ich habe Lust auf Vernichten. Oh, ein großer Höhlenbär. Gehen wir mal lieber es weiter. Oh Gott, er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Böser Bär. Okay, er hat von mir abgelassen. Sehr schön. Lass mich mal schön in Ruhe, Alter. So, weiter geht's. Kann ich nichts mehr herstellen irgendwie? So, Hartholz haben wir. Wer hat hier diese Fackel aufgestellt? Wer auch immer das war. Ui, ein ganzer Rudel. Ich hau mal ab. Da unten ist auch noch ein Fragezeichen. So. Heulendes Grab mal. Hey. Du sollst aber nicht weinen. Ich bin da. Ja, warte. Hier ist es. Ich markiere es schon mal. Ja, machen wir. Wir geben ihnen die Freiheit. Wenn wir hier durchkommen. Okay, wir müssen außenrum mal wieder. Wer hätte das gedacht? Tigri, was machst du schon wieder? Hör auf, hier Scheiß zu machen. Wir haben eine Aufgabe. Die ist wichtig. Wir müssen unseren Brüdern und Schwestern helfen. Sie werden schon wieder als Sklaven behandelt. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Da. Ich höre Schreie. Wartet auf mich. Ich helfe euch. So, weiter, weiter, weiter. Stammes Konflikt vernichten. Der Weg ist da lang. Wir gehen mal hier hinter. Und schicken unseren Freund dahin. Der kundschaftet mal ein bisschen aus. Wow. Das macht auf jeden Fall viel... Plopp. Wenn man es so nennen kann. Ja. Das war jetzt gerade ein Fehler. Ich habe mich gerade gewundert. Hä? Ich würde ihn ein bisschen angreifen. Ich hoffe, mich schießt jetzt keiner ab. Ah, wir müssen hier alles kaputt machen. Und ich töte dich mal. Wir müssen das Lager niederbrennen. Oh, sie haben uns entdeckt. Na, was soll's? So, mit der. Lern zielen. Lern zielen. Und du auch. Hi, Leute. So, wir fackeln jetzt hier alles ab. Und fackeln uns natürlich wieder mit ab. Ich weiß nicht, ob das auch abgefackelt werden soll. Da kommen welche. Hey, Leute. Oh, wie viele sind hier? Ich würde eigentlich das hier nehmen. Kümmer du dich mal, Tigri. Aber das ist nervvoll, dass man die Einzelnen hier anzünden muss. Oh, du hast mich getroffen, du Arsch. Oh, fuck. Hier sind sehr viele. Oh, scheiße, Tigri. Ich hab dich getroffen. Es tut mir leid. Lass ihn doch mal in Ruhe. Du nervst. Du nervst. Geh mal weg. Wo ist denn der? Wie? Geh mal da runter. Aber es kommen immer mehr, oder was? Was müssen wir noch abfackeln? Oh, fuck. Jetzt haben wir ein Problem. Na, du? Pisst euch. Okay, die waren gerade schön angegriffen. Ich finde diese Bienenbomben voll geil. So, das muss auch noch abgefackelt werden. Das auch. Bumm. Zerstörung vollständig. Wir hauen ab. Tschüss. Wir haben sowieso alle vernichtet. Von daher. Wir hatten keine Chance. Wie komme ich jetzt hier weg? Scheiße. Machen wir es auf die altmodische Art. So. Stammes Konflikt vernichten. Und das war ein Erfolg. Juhu. Tigri? Ist er tot? Tigri? Er ist tot. Scheiße. Habe ich schon gewundert, warum ich alles alleine machen muss. Na gut. Er hat aber gute Arbeit geleistet, unser Freund. Also. Wir haben echt viel. Echt viel verloren hier. Also beziehungsweise nicht verloren, sondern benutzen müssen. So. Super. Munition wieder voll. Ja. Was machen wir jetzt? Die haben wir vernichtet. Aber ganz schön krass. Also hier hinten sieht es doch eigentlich schon mal ziemlich gut. Also sehr. Auweia. Was ist denn hier alles? Ach du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, hier hinten sieht es doch schon langsam sehr schön aus, dass hier alles erledigt ist. Hier noch ein paar Sachen. Das hier noch. Und da oben geht es voll ab. Auweia. Ja, ich bin da oben nicht so oft, weil es ist so kalt und so eisig. Und wer will schon in die Kälte da? Nee, Spaß. Wir können noch eine Sache machen und zwar das hier. Bestie töten. Auweia. Das kann ja auch wieder was werden. So. Gehen wir mal hin und schauen, was wir machen sollen. Also Bestie töten. Ich weiß jetzt nicht so genau, was wir töten sollen. Das sind unsere Leute, die jagen gerade. Ich lasse die auch mal jagen. Unsere Freunde kriegen auf jeden Fall Besuch. Ja, den haben wir. So, das ist da oben. Wir müssen erstmal quatschen, damit wir dann den Ort herausfinden, wo wir hin sollen. Das sind sozusagen immer unsere Auftraggeber. Das ist schon sehr komisch, dass wir erfahren, wo die Leute sind. Weil wir haben kein Telefon oder E-Mail oder sonstiges. Und trotzdem, naja. Hi. Oh nein, nicht Dachse. Och nö. Bitte nicht Dachse. Far Cry 4, Dachse. Horror. Das waren die schlimmsten Bestiener. Die waren schlimmer als irgendwelche Tiger oder so. Och man. Oh weia. Ich hasse Dachse. Die sind so zäh und übertrieben. Oh. Gäh. Oh man, oh man. Wenn ich jetzt die Leute beschützen muss, dann haben wir ein Problem, weil... Ich kann nicht mal mich selbst beschützen vor diesen Viechern. Vielleicht klappt das ja. Ich hatte noch nicht so viel mit den Dachsen hier im Spiel zu tun. Deswegen mal gucken. Ich hatte die nur ein paar Mal schon gesehen. Aber so viel hatten wir jetzt noch nichts mit denen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob die hier auch so krass drauf sind. Aber mal gucken. So, auf jeden Fall sind das Bestien. Die werden als Bestien abgestuft. Wir müssen zum Jagdgebiet. Auf jeden Fall werden dann Leute von uns da sein. Denke ich mal. Hoffe ich nicht. Ich will keinen... Kein Beschützner. Boah ey, das gibt's doch nicht. Das ist so schön, dass man so eine Fickviecher, ey. Ach, neun Stück. Leck mich. Oh, weih. Schluck das hier. Ich hab Angst. Okay, das geht mit einem... Ach, mit einem Wurf. Das ist gut. Tigri, komm mal her. Ich will nicht alleine gegen die kämpfen. Nee, nee, nee. Ohne mich. Alleine will ich nicht. Also mit einem Schlag gehen die hier mit down. Ich weiß noch, in Far Cry 4, da hab ich Granaten auf die geschmissen. Also Granatenwerfer und alles. Und da sind die nicht mal gestorben. Was zum Teufel? Na, wo sind die restlichen? Alter, aber die töten trotzdem die ganzen Menschen. Das ist schon heftig. So, auf die einstechen haben wir aber gesehen, dass das auch nichts bringt. Da ist noch eine Falle. Ich lass die mal noch. Wir müssen sowieso noch weiter hier hoch. Nein! Geh weg! Oh, fuck. Wie schnell. Tigri, hinter dir. Okay, ich hab hier nicht getroffen. Tigri hat den. Boah, was für Viecher. Und jetzt brennt hier alles. Scheiße. Okay, das war ja eigentlich mein Plan, dass ich die rauslocke und... Ja. Würden jetzt alle sagen, oder? Ach, ich weiß nicht mal, ob diese Falle hier irgendwas bringt. Ja, es tut mir leid, dass die ganzen Leute jetzt hier abgemurkt sind. Brauche ich das Fell überhaupt? Ich habe das jetzt gar nicht gesehen. Dachs Fell? Ja, anscheinend. Boah, was ist denn damit passiert? Ich weiß ja nicht, für was wir dieses Fell gebrauchen können. Ich nehme es einfach mit. Aber die sind ja alle tot hier. Puh, heftig. Naja, okay. Die tun mir schon ein bisschen leid, aber... Ich kann ja nichts dafür, dass das solche Monster sind. Boah, willst du mich ver... Alter! 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 Wie viele sind da drin? Was habe ich denn jetzt hier für eine Bombe gerufen? Das wollte ich gar nicht. Ey, die killen hier... Die killen hier sogar Löwen. What the fuck? Nein. Tigri, mach doch mal was! Da ist noch einer. Die haben hier Nasty Mistviecher. Boah! Alter! Mistviecher, ey! Ey, die haben die ganzen Löwen hier fertig gemacht. Was zum Teufel! Nicht euer Ernst! Ist nicht euer Ernst jetzt. Das ist heftig, ey. Das ist heftig, das ist... Hab ich ja jetzt... Boah! Ich kann nicht mehr reden, weil ich gerade fassungslos bin. Das habe ich echt noch nicht erlebt, dass sie sogar die Löwen hier platt machen. Alter, Scheiße! Na gut. Ich gucke mal kurz. Fähigkeitspunkte. Wir haben vier Stück jetzt erstmal. Können wir damit was machen? Sechs brauchen wir. Sechs. Vier. Was? Erlerne erst die... Oh, Mann. Ich dachte, dass ich das jetzt machen kann. Und mir fehlen halt noch die... Mir fehlen halt noch Punkte. Scheiße. Schade, schade. Aber sonst... Ja. Haben wir alles. Okay. Also wir sind schon sehr übermächtig. Ich glaube, ich gehe erstmal zur Karte und zurück zu unserer Heimat. Weil wir haben ja jetzt eine Mission abgeschlossen. Die wir machen sollten. Und die möchte ich jetzt noch zu Ende bringen. Und dann... Ja. Beende ich, glaube ich, den Part. Sonst ist es halt wieder zu lang. So. Mal gucken. Wo unser Freund ist. Oder wer möchte überhaupt was mit uns besprechen? Möchte er überhaupt mit uns reden? Ich weiß es gar nicht. Also der auf jeden Fall nicht. Okay. Aber das war doch seine Aufgabe. Das Blöde ist, man sieht hier nicht, wer was von einem will. Taka. Ja, das ist gerade ein bisschen, ja, unübersichtlich. Möchte unser Isila-Freund irgendwas? Wo war denn sein scheiß Haus? Und wir klauen ja einfach das ganze Fleisch. Wer war hier nochmal? Da komme ich gar nicht rein. Hey, hey. What the fuck? Ich dachte, wir müssen irgendwas hier besprechen. Und wo sind die ganzen 200 Leute? Ich dachte, es sind mehr. Ich habe gedacht, es sind mehr. Wuhu. Die machen hier Party. Auch nicht schlecht. Hey, aber mit wem soll ich denn... Das Problem ist, man sieht nichts. Ich zoome mal. Wow, toll. Das wird mir hier angezeigt, aber hier ist nichts. Hier ist nur die Legende des Mammuts. Na toll. Bin ich jetzt umsonst hierher gekommen? Dankeschön. Naja, was soll's. Ein bisschen im Dorf hier abhängen, ist ja auch nicht so schlecht. Wir sind ja hier so selten. Gefällst du hier? Kannst du es kaputt machen? Nein, kann man nicht. Na gut, ich mache jetzt hier aber erstmal wieder eine Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.